ausgewählt so was geht bis jetzt mal eine aufnahme von ganz neuen spiel world of warships mit dem kirchner das heißt schiefe versingen ja mit dem kirchner weil der dennis der ist nicht da weil er ist ja nur so wie schon gesagt jetzt kann er gott sei dank die aufnahme nicht bearbeiten wollen wir erst mal gegen bots um wieder rein zu spielen scheißegal direkt ins gefecht direkt 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 werden muss ready man ja ja ich bin bereit gefecht beginnt in drei sind louis ist du ich hab schon die phoenix die fick nix das kann lange dauern glaube ich nee nee das ist schon der last street zum dings kurs für was für ein schiff haben zwei über mir wie das heißt die kaiser und die gegnerin die könig der könig der könig der ist diese eier nehmen immer he also die 1 dann dann machst du die on fire mit maustaste rausdrehen oder halt alt glaube ich ne shift ja wollen wir gucken auf die map pass auf dass du den nicht vor die fresse fährst ja schießen bringt auch nix ja ich muss noch mal testen vielleicht kriege ich ja 1 nee 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 ne ruft so hältschon wissen wir noch diese schwulen chats hier alter oh mein gad lass uns in s system finde ich stechen junge lass uns in s system sich stechen meine kameraden Ich wusste schon immer, dass ich so ein guter Käpt'n bin Bootsmann meinst du? Ey Junge, wie schnell bist du? Ich hab ein verbessertes Schiff Wieso? Pfff Ohne Mist Und ich hab Torpedos Junge, ich hab fucking Torpedes Ich auch Du hast keine Torpedos? Doch Ja? Hast du? In der Hose Oh mein Gott Die lass ich dann ins Wasser Wo sind die Gegner? Ich will reinfahren, damit ich sterbe Glaub mir, die wüsste Junge, wie langsam bist du? Junge, wie langsam bist du? Ich fahr 21,8 Knoten Ich fahr 21,8 Knoten Ja, ich fahr 34 Lol, what? Ich hab mal runter gemacht auf 16, damit du hinterher kommst Oh, wir müssen da hoch Oder nie? Ey, wir müssen, glaub ich, eher nach rechts Ja, das Die können ich Ihr schießt auf mich Ey, wieso mich nochmal? Äh, Shift Shift? Tatsache Ja, ist ja okay Äh, Kirre, ich glaub wir sollten da nicht hinfahren Ich fahr da doch hin, deswegen Ja, aber das mit einem Gefechtiger Du hast die König Guck, die brennt schon Die Die Fuzz Die Fuzz Die wird sogar von Bombern angegriffen Let's fucking go Die brennt zum zweiten Mal jetzt Ja, ich werde ihn sowieso nicht treffen Werden, ich treffe ihn nicht Oder was sind die nah dran? Ich treffe ihn Ja Komm, ja man Nice Ich werde von Husus attackiert Der Brand ist gelöscht Ja, na klar ist der Brand gelöscht Kirre, ich soll den auf jeden Fall nicht mittendrein Bei mir sind Bomber Aaaaaah Schieß auf den, du faggot Das war, glaub ich, zu geil Oh mein Gott Wies doch auf den, man Schieß auf den, du faggot Wies doch auf den, du faggot Der müsste doch in deiner Reichweite sein, oder nicht? Oh mein Gott, ich bin tot Der Junge, der brennt richtig Ah ja, jetzt habe ich ihn einmal getroffen Alter, der Junge Der hat ein Wendemanöver von dem Ich wollte schon sagen Mit einem LKW hat der, Alter Der Junge Der LKW ist nichts dagegen Der LKW ist noch schneller um die Ecke Eeeeh Der Junge, der kommt okay los Ich fick den Bruder Ich fick den richtigen Blatt Oh, die treffen alle Ja, ich sehe, wie die treffen, Alter Alter, hast zumindest getroffen Der brennt wieder, der brennt wieder Der brennt noch mehr Müsste mal mehr vor Oh mein Gott, er schießt auf mich, oder? Ja Oh, ich bin ausgewichen gegen Spiderman Reden Deutsch, Blatt 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 Der ist so dead, Junge Örer ist dead Junge, ich habe keine Hilfe Fuck, zieh weg, zieh weg, zieh weg, du bist zu nah dran Lol, was mache ich denn so nah dran? Dass du den ins Face fliegst, den Wende Manöver Wende Manöver Wende Manöver Wende Manöver Ich bin ein Motherfucker Junge, wie er rappt wird, ich schwöre Ja, der Huzo Ja, der Huzo Ja, der Huzo Ey, dreh mal um Alles klar Ja, okay Dann siehst du ganz unten auf der Map sich einer durchsneaken Siehst du den? Ganz unter uns jetzt Tina links Der ist down Warte, ich muss erst mal abhauen, weil ich werde abgeknallt, ich bin bei halb Ja Wir killen den jetzt, den Faggot Hm, der hat echt eine Wende Loo Okay Meinst du den auf 12,3 Kilometer entfernung? Ne, den kann ich, wo ich gerade hinfahre, da Ja, den kann ich aber auf die Entfernung nicht klatschen Ja, ich treffe den, ich habe den sogar gerade gekrittet Ja, aber du hast dann mehr Reichweite als ich Ja, okay Ich habe glaube ich 10,1 oder so Müsstest du das aber verbessern können, glaube ich Oh, du schießt zurück Ich wurde entdeckt, oh my gosh OMG Omg Torpedos auf Backbord Torpedos auf Backbord Oh 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 Du bist dead Bist du tot? Was sind das für Müsse? Hast du überlebt? Hahahaha Bist du ausgewichen? Nein, ich habe zwei abbekommen Dann benutzt er, wenn du, äh, Dings hast Ja, kann ich nicht, haha Ich bin aber nur noch 2652, äh, HP Haha Hab noch 10.000 Na ja, wegen sich bin ich dead Ah, den Faggot mache ich noch Wow, mir hat einer einen Kegel geklaut Mich wird geschossen, Alter Kannst du umdrehen, 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 umdrehen Nein, 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 nein Auf mich wird geschossen Ui Nein Oh mein Gott Alter Der trifft dich auf die Entfernung Fick Pass auf, da kommt Torpedos Zieh nach links Na links Na links Ja, wenn ich einen besseren Wendekreis hätte Würde ich das ja auch machen Du hast eigentlich einen relativ guten Ja, richtig gut Oh nein, okay, die sind weg Sollte mich irgendwo hinter einem Berg vercampen, oder so Nein, steht da echt eiskalten Schiff afka? Oder, ne, das ist das glaube ich Der Flugzeugträger Ey, da kommt einer von 8,1 Entfernung Den könnte ich mir eigentlich sneaken Sneaken, sneaken, sneaken Der wird einfach so penetriert mit der Okay, ich komme mal da hoch Noch einer, noch einer, noch einer Ja, das ist ein kleiner Oh, ich habe einen großen gefunden Oh, oh Ui Ui Ja Ja Oh mein Oh mein Das Spiel ist übelst behindert Fällt mir gerade so auf Fällt mir gerade so auf Zerstört Zerstört Natürlich haben wir die Führung übernommen Weil wir sind die Fü- Ähm Eiei Der steht einfach auf K Junge Hat einen Redert Uh, ich mach den ordentlich damage Ich will nicht brennen Ja, ich krieg den Kill Gundam! Verdammt Leute, holst du mir gerne den Kill? Toll Guck mal, ich bin immer noch am Leben Ich bin echt stolz auf mich Ich bin fast tot Oh mein Gott Torpedos Sollte vielleicht mal zu unserem Team bisschen irgendwie aufschließen, weil ich mit viel HP bin ich nicht unbedingt Ich hätte wirklich auch voll Melmond drauf, gell? Ja, ich hab 3000 Ja, ohne Mist Auf dich schießen Zwei Schiffe Mindestens Ja, ich hab die Torpedos losgeschickt Ja, ich hab die Torpedos losgeschickt Ich mach den Rest Und bin dead Ja, ich hab's gesehen Ich drehe mich gerade erstmal irgendwie in den Kreis Egal, nur noch zwei Gegner Ja, ja, aber ich finde die sterben Das ist ja die Kunst Äh, das bringt nichts Das ist egal Naja, aber ich will ja den Zuschauern Du willst dem keine Punkte geben, den Gegner, ne? Ja, genau Ich will den Vielleicht treffen meine Torpedos noch, warte Oh, er war ich da aus, verdammt Egal Einfach nur zur Absteckung schieß ich da mal hin Mal sehen eigentlich, wie weit sie kommen Wenn du alt gedrückt hältst und so weit wie möglich nach außen gehst, dann siehst du darunter geschrieben, wie viel du Ja, stimmt Was für ne Reichweite du hast Und du fährst grad vom Gegner weg Alt war das, gell? Alt, ja 10,36 Ja Schießt doch auf den du faggelt Ich fahr jetzt erstmal voll in unseren Flugzeugfaggenhänden Ja, machst du alle akbar? Wir haben zwei Zerstörer, die von hinten an kommen Ja, ja, ich fahr da jetzt auch mal rum Was feuerst du an? Was forderst du, Alter? Was, Alter? Kirl, siehst du oben meine Marken? Das ist doch toll, oder? Nice, Kirl, das Mikrofon ist aus Es lädt nur noch ein Schiff Ein motherfucking Schiff Aber ich versteh das nicht, wir sind eigentlich übelst Was sind noch, warte mal, es sind sechs Leute Aber den hier seh ich noch drei Ach, die anderen zwei Pummel nach hinten rum Hm, wie viele Pummel Leute Der geht natürlich übelst in den Mod raus Und natürlich ist noch Pupil, das ist ein Motherfucker Ja Oh, 7,6 Aber da ist der Alter Okay So, das war mal ne schöne Runde Auf jeden Fall Sieg, easy peasy Kir, was sagst du dazu? Auch wenn du dein Mikrofon irgendwie deaktiviert hast Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen Und wir sehen uns dann bei der nächsten Runde von World of Warships Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal